Willkommen bei Blog Reporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährung. Herzlich Willkommen zu neuen Bitcoin Chart Analyse und ja, es geht weiter in unserer zugegebenen Maßen erstmal bärischen Formation. Wir wollen heute nochmal ein Update geben zum gestrigen Video. Ich habe dir hier schon mal eingezeichnet, was eine der plausibelsten Reaktionen auf diese Formation oder den aktuellen Trend sein könnte, sprich der bärische Ausbruch, aber wir wollen einfach mal gucken, was liegt denn auf der bullischen Seite und aktuell, gerade jetzt hier über mir, wird es tatsächlich entschieden, der Kampf um den Widerstand, also um die aktuelle Resistance Zone. Also alle Infos im Video, viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Schön, dass du heute auch wieder eingeschaltet hast für alle Neulinge, die mehr erfahren wollen und die nächste Zeit wird halt richtig kritisch und interessant. Gerne ein kostenloses Abo dalassen, denn das Jahresende hat noch einiges im Petto für Bitcoin. Wir fangen also an. So, nochmal, symmetrisches Dreieck, was wir jetzt hier haben, das gleichschenklige Dreieck, hatten wir ja gestern in den Kommentaren, ist normalerweise 50-50, ob es nach oben oder nach unten ausbricht. Wir sind aber im Prinzip trendfolgend eingestellt, also bärisch nach unten wäre hier das Ziel und eben diese Amplitude ist auch der Ausschlag nach unten. So viel zu der schnöden Theorie, aber auch das ist halt nur die halbe Wahrheit, die wir jetzt hier haben. Wir werden uns das noch genauer angucken. Ich habe ja schon gesagt, und du siehst, die Ausschläge werden hier kleiner. Wir könnten jetzt hier auch nochmal ein kleines gleichschenkliges Dreieck hier einzeichnen, brauchen wir jetzt aber auch nicht. Das ist ja ein symmetrisches Dreieck, weil wir uns jetzt einfach direkt, nee, das lassen wir mal weg, so, zack, Support und Widerstände uns angucken wollen. Hier eben beides eingezeichnet und aktuell, siehst du, ist der Kampf hier im vollen Gange. Oben selbstverständlich der Widerstand, die blaue Linie und unten der Support. Der Widerstand, um den es geht, sind 20.142 und ja, so ziemlich 9 oder bisschen 10 Dollar unten drunter, Pi mal Daumen, ist der aktuelle Kurs. Und du siehst, wir sind hier im 4-Stunden-Chart, das geht schon eine ganze Weile so. Ist der Daily Close drunter, haben wir hier unten Richtung 19.418 den ersten richtigen Support. So, genau. Was wir natürlich auch noch einzeichnen könnten, wie gesagt, ist hier diese Trendlinie, die wir haben, wird sich hier eine Schnittmenge ergeben, beziehungsweise, keine Schnittmenge, aber einen Schnittbereich, brauchen wir jetzt aber nicht. Weil ich nur gesagt habe, könnte man vielleicht als Unterstützung machen und schauen, ob das Ganze rausgelaufen wäre. Was wir uns aber dazu holen, ist hier der Support-Bereich und dann sehen wir hier schon sehr schön, dass eigentlich der Volume Point of Control, also dort, wo wurde am meisten getradet, beziehungsweise wo möchte der Preis hin, bei 20.252 liegt. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal ein bisschen in den Kontext reinrücken, ja, sieht ein bisschen konfus aus, können wir vielleicht auch nochmal Resistance Zones einfach wegmachen, dann wird es ein bisschen sauberer. Dann ist hier auch nochmal ein Stück Weg zu machen und die Verkäufe nach unten nehmen zu. Switchen wir allerdings jetzt erstmal in den Daily und schauen uns das Ganze an, beziehungsweise, zack, holen uns das schnell nochmal. Zack, also von links nach rechts das Ganze aufgezogen. So, besser. Ich glaube, die Ansicht ist schöner für uns alle. Also, wir sehen hier oben beginnt langsam der Bereich, in dem gekauft wird, also beim Ausbruchsniveau hier ungefähr, dort, wo es dann auch den Absacker gab, was im Prinzip den Ausbruch bedeuten würde, beziehungsweise das Ausbruchsniveau. Das heißt, wenn der Kurs über diese 20.330 gehen könnte, Ausbruch ist dann relativ wahrscheinlich, wenn es hier diese Trendlinie bricht, hoch Richtung 21.376, wohl aber dann nochmal nach unten. So, die aktuelle Lage, wie gesagt, mit den wichtigsten Kursen, die wir jetzt hier sehen. Ich kann die auch nochmal zur Ergänzung jetzt nochmal Supports und Widerstände einzeichnen und wir switchen selbstverständlich hier nochmal in den 4-Stunden-Chart. Das ist so das Wichtigste. Hier kannst du auch nochmal ganz gut erkennen, dass der Kurs, wenn er hier unsere, diese 20.142, überschreiten sollte, der nahestlegendste Weg eben nach oben ist. Hier nochmal ein kleiner Disclaimer. Hier nochmal das lokale High liegt knapp drunter, was, wenn es nicht überschritten wird, selbstverständlich auch wieder ein bärisches Signal wäre. Wir nehmen uns den Magnet dazu, dann kriegst du auch den absolut korrekten Preis, der hier angemerkt ist durch diese Kernde. Also 20.750 exakt on point gab es hier den Stopp. Das heißt, selbst hier müsstest du mal schauen, kann es sein, dass wir vielleicht hier dann wieder eine Entscheidung haben, entweder Ausbruch oder Absacker. Das heißt, maximal, wie gesagt, hier die 20.892 werden hier heute vielleicht als Widerstand dienen, wenn wir nur das, was wir jetzt hier sehen, betrachten. Auch gut, weißer Schimmel, aber du weißt, was ich meine. Wenn wir jetzt uns nochmal, heute auch ganz wichtig zur Erklärung, ich habe mir schon den MACD angeguckt, den größeren Timeframes, das sieht immer noch nicht so tiefenentspannt aus, wie wir es eigentlich gerne hätten. So. Hier hat sich nämlich im Laufe des Tages einiges getan. Einiges getan tatsächlich. Also, zum einen haben wir jetzt jüngst tatsächlich durch diesen, wir sind jetzt im 1-Stunden-Chart, ist hier dabei der stochastische RSI bärisch zu crossen. Das sah vor ein paar Stunden noch anders aus. Du siehst es auch gleich, wenn ich mich wieder klein mache. Hier, der Abstand war hier schon sehr, sehr gewaltig. Aber jetzt, wie gesagt, wir sind hier bei einem wichtigen Widerstand hier oben. Kommt da einfach nicht drüber. Beziehungsweise steigt jetzt wieder der Verkaufsdruck. Das heißt, hier ist Vorsicht geboten. Ich habe ja gesagt, wir machen heute so die bullische Variante. Ich bin aber immer noch bärisch eingestellt. Wir kommen aber gleich nochmal zum stochastischen RSI in den höheren Timeframes. Und da werden wir sehen, so langsam muss es kommen. Entweder jetzt oder nochmal ein Absacker. Und dann ist langsam aber auch der Boden drin. So, oder sollte der Boden drin sein, laut TA, was wir hier haben. Beziehungsweise den Indikatoren, die wir dann hier gleich nochmal uns anschauen. Also, unbeschritten glaube ich auch hier oben immer noch. Das ist eben der Kampf aktuell um diese 20.142, um es nochmal zu erwähnen. Der 2-Stunden-Chart hat es ohnehin nicht in den überkauften Bereich geschafft. Es schwächelt. Ist jetzt dabei, bärisch zu sein. Und ich hatte es ja gestern schon gesagt, wir hatten noch nicht mal hier der Kurs die Chance, hier tatsächlich an die Trendlinie heranzukommen nach oben. Also, auch das erstmal ein Schwächeln der Bullen. Und das zeigt sich jetzt, wie gesagt, hier in der Seitwärtsbewegung und dem bärischen Cross, der ansteht, hier im stochastischen RSI im 2-Stunden-Chart. Hier hat man versucht, sieht man hier noch ganz schön, nach dem bullischen Cross nochmal in den überkauften Bereich hereinzukommen. Aber hier siehst du auch schon, was ich gesagt habe. Das sieht man hier unten auch schon im stochastischen RSI. Ist wenig Momentum da. Also, der stochastische RSI geht seinen Weg nach unten immer weiter. So, müssen wir einfach mal schauen. 4-Stunden-Kerze, die aktuell läuft. Sollte vielleicht drüber schließen. Ansonsten muss es die nächste tun. Ein kleiner Pump, den gab es jetzt eben. Oh Gott, also, ist hier wirklich Kampf um ein paar Dollar, wenn du so möchtest. Also, sehr, sehr volatil das Ganze immer noch. Du siehst hier die riesen Candlesticks, Wigs, die hier passieren. Also, Vorsicht, diese Marke ist hier im Daily Close wichtig. Der Trend ist hier relativ unentschlossen. Aktuell, hast du gesehen, in kleineren Timeframes möchte er bärisch drehen. Also, hier ist erstmal Aufpassen angesagt. Und du siehst, die 20.330 hier als Volume Point of Control sind hier schon mehrfach angetestet worden, aber jedes Mal abverkauft worden. Und auch hier im Daily bahnt sich langsam aber sicher der bärische Trend an. So, das heißt, selbst wenn wir jetzt hier nochmal im Daily über dem Support sind, vielleicht sogar über dem WIPOC nach oben rausschnellen, wird es haarig und dann Vorsicht, wenn es Richtung 22.000 geht, denn es ist hier bei 21.888 erstmal eine kritische Zone. Wie gesagt, heute machen wir einfach mal ohne FIBO Level. So, jetzt können wir eigentlich schon den Rest hier nochmal ausschalten, damit wir den Fokus hier auf unserem stochastischen RSI haben. Mal schauen, was denn die größeren Timeframes machen. Ich habe ja großmundig gesagt, so langsam müsste der Boden drin sein, auch wenn ich jetzt hier erstmal, ja, also, wenn das Ding jetzt hier katapultartig mit viel Pump nach oben geht, lasse ich mich darüber drauf ein, dass es ein doppelter Boden ist. Sehen wir sowieso erst beim Ausbruch. Ansonsten sage ich gescheiterter, doppelter Boden, unsymmetrisches Dreieck. So, im Weekly siehst du nämlich, stochastische RSI ist hier deutlich und lange am Boden. Wenn wir uns das Ganze jetzt wieder in den Kontext reinziehen, nochmal, hier haben wir den ganzen Chart, wir sind hier nicht irgendwo im Stundenbereich, sondern wie gesagt im Wochen, du siehst es hier unten an der Skala, da siehst du schon die Monate eingeblendet und dann siehst du zum Beispiel, dass wir hier von der Bodenbildung von Dezember, Anfang Dezember bis Ende Januar sprechen, also ungefähr zwei Monate und wir haben jetzt hier von Roundabout Mitte Mai bis Ende Juni, beziehungsweise wir sind jetzt Anfang Juli, also haben wir jetzt auch ungefähr diese zwei Wochen. Sei aber gewiss, du siehst es hier oben nochmal in den Chart, selbst wenn das Ding hier hochgeht, es muss kein extremer Bull Run werden, wie wir ihn hier davor hatten. Das kommt immer auf das Momentum an, Marktkapitalisierung, die reinfließt und wir wissen, aktuell fließt eher das Geld raus als rein. Das sollten wir vielleicht nochmal bedenken, nichtdestotrotz müsste jetzt langsam mal wieder eine Erholungsphase anstehen und auch hier der Monthly, den MACD lasse ich extra weg, weil der ist immer noch nicht so ganz aussagekräftig, ist hier dabei diese Talsohle zu beenden, beziehungsweise wird bald hier der nächste Bullische Cross anstehen. Also auch hier müssen wir tatsächlich so ein bisschen auf die fundamentale Seite gucken, also was macht das Sentiment, was macht die Marktanalyse, was macht der Markt an sich Anlegerinnen und Anlegern. Wir haben ja schon festgestellt, dass die Großinvestoren Landflucht begannen haben, also Brain Drain, wie man so schön sagt, oder Money Drain in diesem Fall. Das heißt, Retail Investoren, also du und ich, wir sind noch drin, wir interessieren uns dafür, die anderen sind eben Risk Off und schauen sich das Ganze vom Weiten an. Allerdings brennt schon die Lunte wieder bei vielen, das kann man schon bei vielen News sehen, die sind immer dabei, so können wir jetzt ein Schnäppchen machen, welche Aktien sind gefragt und selbstverständlich als Technologieprodukt, was ja tatsächlich Bitcoin ist, das ist ja stinknormale Server-Client-Architektur, Stück Software, möchte man einfach mit dabei sein und einen guten Einstieg sichern. Denn Großinvestoren und so weiter, die schauen nicht nur 4-Stunden-Chart, die schauen sich das hier an. Wie viel Momentum kann ich machen im größeren Bereich? Das heißt, das Jammertal, da müssen wir überstehen oder wie man eben in der Kryptoszene sagt, hoddeln, wenn man irgendwie nicht traden möchte, ist hier angesagt oder einfach Augen zu und durch, muss man einfach durchstehen und glaubt mir, die Leute haben hier hinten, waren wir alle tief enttäuscht über viele, viele Jahre und wir haben die Party bis hier oben hingemacht. Und es ist ein gutes Gefühl. Also, wenn du mit dabei sein willst, gerne nochmal schnell das kostenlose Abo dalassen, gerne nochmal in meine Community kommen und wir sehen uns bestimmt morgen wieder. Mach's gut!